...Adventure X, Gründerinnen-Wettbewerb 2014. Ein Jahr hat es jetzt eine Pause gegeben und dafür hat es ein Jahr Zeit gegeben, diesen Wettbewerb weiterzuentwickeln. Die Wirtschaftshammer und die Standortagentur haben sich auf ein Packer schließen und für sie ein ganz tolles Konzept einfallen lassen, ein wirklich ganz, ganz tolles Angebot für Gründerinnen und Gründer. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, das sind Ihre Anwendungen. Das können Sie übrigens heute Abend noch erledigen, wer möchte, bei Steffi und Steffi, die Namen von der Standortagentur, die heißen beide mit dem gleichen Namen, das können Sie also heute anwenden. Und heute Abend, das ist der Startschuss für die Adventure X, für den Gründerinnen-Wettbewerb 2014.